Wir sind jetzt unterwegs in einem Bauernhof und dort ist kürzlich etwas überaus Seltsames passiert. Die Leute suchen immer eine plausible Erklärung. Aber wenn man zum Tatort fährt und weiß, wonach man suchen soll, dann findet man schnell raus, ob es ein Troll war. Wieso darf niemand was davon erfahren? Los, die Kamera aus. Sofort. Sag mal, denkst du Michael Moore hat nach dem ersten Versuch aufgegeben? Nein. Glaubt einer von euch an Gott oder an Jesus? Hey, keiner von uns. Stinkt das? Die können Christenblut riechen? Dort holen ein Weilchen, bis man einen Troll fängt. Vielleicht filmt der Kerl uns ja. Der hockt bestimmt irgendwo und lacht uns aus. Es gibt zwei Hauptgruppen, Berg- und Wald-Trolle. Zieh dir das hier mal an, Thomas. Oh, Scheiße. Den Ringlefinch. Tusselat. Rimtossa. Toll! Verschinden! Da kriegen wir keine zehn Pferde rein. Ich bin Christ. Auf dichs ist Scheiße. Du bist Muslimin, oder? Ja, ich bin Muslimin, ja. Muslimin? Müsste doch gehen. Wird sich zeigen. Wird sich zeigen.